hallo und herzlich willkommen zurück und jetzt können wir hier endlich mal rein ah der speicher trägt sehr gut das finde ich sehr gut von diesem spiel wird geladen ja hinweis sprinten ist zwar an sich leise ja genau deine gesundheit wird wieder aufgefüllt wenn du zum versteck zurückkehrst ich brauche immer noch feile woher kriege ich die ich will es wissen ich muss es wissen tut mir leid ja auf zu jacob grace ziemlich viele panische leute an grace und jacob bekomme ich nichts mehr aber gleich bin ich am haus von eastland dem architekten des baums wenn jeder eine hintertür in den bergfeld kennt dann sein erbauer ähm moment kann man die musik nicht noch was darunter stellen ja kann man guck mal siehste passt doch perfekt sogar oh oh das läuft doch schon wie geschmiert oh shit ist das nicht wieder eine falle ne zum glück nicht oder ne ist kein da habe ich ja noch mal glück gehabt kein moment zack das ist jetzt momentan eine recht neue aufnahme die ist ganz frisch kommt heute sogar noch raus wut alter ich hoffe für basso der bergfried ist so robust wie alle sagen eh nicht aber warte guck mal lang aha guck 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 hätte ich beinahe vergessen hier unten könnte man auch was haben ich glaube da muss ich aber nicht sein oh jetzt wird es aber düster halte eh mache ich gerne keine angst alter er muss sich drunter quetschen obwohl man dann locker drüber passt da check ich immer noch nicht eastwigs stadthaus raffinesse war nie seine stärke wie es aussieht mache heute nicht nur ich einen hausbesuch hehehe okay mache ich gerne hier recht hm oh shit Ich hätte mich beinahe gesehen. Warte mal. Den kennen wir doch irgendwoher. Stecken wir uns mal schnell hier hinten. Oh shit. Ähm, ja. Kann ich den Hunden nicht einfach töten? Ich hab ja auch gar nichts mehr. Äh. Einfach mal so gar nichts. Hä? Oh shit. Alter, scheiße. Mist. Das wäre echt schlecht. Muss ich sagen. Aber zum Glück hat das einfach keiner mitbekommen. Komm her, du Hund, ey. Scheiße. Ey. Alter, der Hund bellt die ganze Zeit und er kriegt es nicht mit. Perfekt. 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 Ach so. Du gebuckst dich ja auch mal ne Runde rum, sagst du? Ah. Shit. Oh shit. Oh shit. Ja, das würde ich auch. Ja. Nicht jedes Geräusch. Alter, warum werde ich dann da jetzt noch einmal so eine Kugel zu entdecken? Ja. Das stimmt ja nicht. Hm. Könnte ich das schaffen? Hoffentlich ist er nicht entwischt. Ja. Hey. Hä. Ich hätte im Glück nie für einen Verräter gehalten. Hm. Und jetzt? Hä? Ich fühl mich nicht besonders. Oh shit, ey. Moment. Ich fühl mich mal kurz hier hin. mit. Dann speichern wir mal eben schnell. Perfekt. Oh shit. Bist du manns genug, dich einem Hauptmann zu stellen? Ich weiß, dass du da bist. Perle wie dich rieche ich. Ich kann niemanden finden. Alter Scheiße. Kann aber noch mal ausweichen. Und schnell K.O. schlagen. Oh scheiße ey. Alter, genau den letzten Schlag. Nee. Man bin ich heute aggressiv. Der war echt. Schnell hat er sich umgedreht, der irgendwo. Boah nee. Du solltest beten, dass ich dich nicht finde. Okay. Ja. War vorher. Äh. Tasteton Maus. Was war? Nein. C war ducken. Nahkampfangriff. V war ausweichen. Okay. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Tach. Der Vogel ist ausgeflogen. Hoffen wir, dass Eastwick... Werde ich direkt weiß-gelb angeschrieben? Oder was ist da los? Ich hab nicht die Zeit ewig zu warten. Oh. Oh. Ergib dich. Jetzt hab ich dich. Bastard. Oh. 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 Ich hab keine Ahnung. Ich geh hier einfach mal rein. Achso. Ich hätte einfach nur reingehen müssen. Natürlich. Ja natürlich. So gehts auch. Aber... Ich vertraue nicht darauf, dass er mir gespeichert hat. Was kommt als nächstes? Spähen. Oh shit, ey. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ich hab, wo stand der? Hm. Ganz vorsichtig. Überall Ratten. Ich wollte keine Revolution. Ich hatte ein schönes Leben. Was soll ich jetzt machen? Ha. Ja, was soll er jetzt machen? Oh shit, ey. Ha. Nee, nee. Mein leerer Magen spielt meinen Augenstreichel. Hä? Hier ist niemand. Hier ist niemand. Oh shit. Alter, die waren ja richtig viel wert, die Flaschen. Tut mir leid, dass ich ihn umgehauen habe. Aber, es musste leider sein. Er hätte mich getötet. Ich glaube, er hätte mich eiskalt getötet. Alter, ich brauche immer noch die Sachen. Das geht doch nicht. Mensch. Oh shit. Oh shit. Ach ja. Schade, dass man die Sachen nicht ausschalten kann, irgendwie. Ich denke mal, so hätte ich den, das Licht ausschalten können. Ja genau, jetzt wirft er mir mit Nahrung hinterher, ey. Die hätte ich vorher mal gebrauchen können, die Nahrung. Mann, Mann, Mann. Aber, wenn ich die jetzt schon habe. Da sind die vergoldet, die Becher. Alter. Deshalb konnte der mich sehen. Ich verstehe. Langsam verstehe ich es. Ich will keinen Ärger, hörst du? Sag Bescheid, wenn du was findest. Ist da jemand? Komm raus, damit ich dich sehen kann. Oh. Hab ich dich misst, Kerl. Bleib gleich. Jawohl. Da. Mal wieder. Der hat mich, glaub ich, gesehen, ey. Scheiße, Mann. Kann ich dem Vogel nicht noch eine geben? Halt dich, Schnauze. Hier ist nichts mehr. Oh, ja, ich bin lange drüber. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Oh. Ja.